Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Space Astronomy. Und wir hocken schon wieder in den Raketen. Wir wollen die Asteroiden verlassen, auf denen wir sehr viel gefarmt haben. Neben mir sitzen in den startbereiten Raketen Malte und Anja. Hallo. Jawohl. Ja, und dann bei drei geht's los, nee, bei eins. Eins. Drei, zwei, eins. Hätte ich fast noch nie aufgenommen getrückt. Hallo. Jetzt müssen wir aufpassen, aber wir dürfen nicht aneinander geraten. Das drücken darf das doch gerade laufen. Ja, eng schon. Oh, da fliehen wir durch. Ich hab es. Oh, stimmt, da war ein Stein. Nee, was darfst du das? Okay, bei uns ist Gott sei Dank nichts mehr. Nee, zum Glück nicht mehr. Aber es war ganz... Ja, und was ist jetzt mit dir? Was passiert da unten? Ich komme, man kriegt Schaden. Oh. Ah, scheißen Dreck. So, Aluminiumbahnen, fortgeschrittene Wafer, Eisenbahn und Zinnbahn. Können wir eigentlich mal machen, ne? Das ist, ähm, genau, für die, um die Erde, die Raumstation, ja. Ja. Aber jetzt... Ja, die fände ich schon am coolsten irgendwie. Landen wir erst mal. Genau. Ich muss erst mal einkommen. Ui! Wieso bin ich der Erste? Haben wir nicht... Habt ihr nicht früher gedrückt? Äh, wir waren eben direkt nebeneinander. Ja. Aus dem Base. Ach, in der Richtung. Das ist auf dem Baum. Ach, man kann ja nicht mehr so hoch. Base. Blub. Blub. Ach, da ist aber wieder der schöne Baum. Dann muss doch die Base eigentlich da irgendwo sein, oder? Ach, hier sind die ganzen Steinchen drin. Moment, ich nehme dann den... den Tribe-Stoff. Ja, ich habe hier auch noch, ähm, leere Kanister mit. Ich kann es rausnehmen. Und es ist eigentlich Nacht. Spindelandert. Okay, ich zapse dann Dratsch, da. Ach, okay. Sehr gut. Ich muss hier nochmal zurück, weil hier noch viele Steine drin sind. Zurück auf den Mars. Ich kann noch welche abholen. Ach, okay, nee, das sind... Ich fliege schon mal zur Base. Zum Base, zum Zuhause. In welcher Richtung ist denn der? Ach, da. Oh. Oh, hoffentlich finde ich den... Warte mal, ich muss da mal ganz kurz einen Wegpunkt... Ja, das ist eine gute Idee. Weil sonst findet man das nämlich nicht mehr. Es ist doch jedes Mal ein bisschen anders. Ich möchte den Over-Mode ausmachen. Was war denn hier noch meine Dead-Taste denn? Uh, war das, glaube ich. So, ich lasse es mal kurz an. Also, bei mir... Dann hole ich mir das gleich wieder. U oder H? Ne, H ist Hüte. Bin ich... Ach so, ach ja, richtig. Das war die Hüte. Meine Güte, die ganzen Hüten. Eigentlich... Uh, ja. Es sei denn, du hast es dir auf eine andere Taste gelegt. Oh, okay. Neumond. Das ist C. Oh, okay. Nee, das ist es bei mir definitiv nicht. Genau, bei mir auch nicht. Oh, das sieht aber auch schön aus. Oh, irgendwer von euch hat ja meine Rakete genommen, ne? Ja, ich... Ach so, nee, ich habe eine bei mir rausgenommen. Ich habe nur eine. Ich habe nur meine. Okay. Wolltest du nicht, du nimmst das so aus. Ich habe nur den Treibstoff genommen, habe ich bis dahin gesagt. Ja, gut, die Kiste ist ja noch da. Ja, ich wollte gerade sagen, also weil, ähm, hatte noch nicht mal meine Kiste entdeckt. Oh, ja, ich gehe noch mal zurück um... Oh, hier ist doch irgendwo ein Enderman. Ja, der war aggro auf mich. Oh, ist ja schön. Oh, ja, der traut sich ja was. Was sag mal, Junge. Kannst du nicht in Würde sterben? Soll ich das ganze Gier rauch rein? Oh, Treibstoffdinger sind alle komplett leer gewesen? Na, Melanie. Ach nee, wir haben es da unten... Naja, wir haben es unten reingemacht. Ich muss die obere Kiste abbauen, oder das Schild zumindest. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen gebeten. Ich habe 1000 Fehlern gekauft. Toll. Oh Gott, jetzt war ich sowas in der Schunde. Das dritte Mal schon, ne? Tue mir alle ins E-System. Ja, toll. Das ist alles Wurst. Alles voll geballert. Muss ich mal noch mit hier rein. Ähm, mein Schlöger. Also, hat denn der ein Problem? Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist der mit dem Aufzug gefahren und irgendwo stecken geblieben. Das kann natürlich sein. War das nicht dein Job? Nee, stimmt auch wieder. Ja, ich mach den nicht mehr. Ach so, du machst den nicht mehr. Oh, Scheiße. Ich geh jetzt mal die Rakete noch holen und die restlichen Steine. Ach ja, genau. Ich muss dann mal in meine Dimension hier, damit ich mal den anderen Crampampel hole. Da bin ich auch gerade. Ah, können wir uns ja wieder sehen. Ja. Guckt mal schon. Hallo. Seht ihr euch da in der anderen? Wir sehen uns in der anderen. So eifersüchtig. Ja, die hatte bei mir einmal da nicht geladen und jetzt habe ich sie halt noch nicht groß benutzt. Ich finde das saupraktisch, muss ich nicht sagen. Oh. Ach so, es ist ja ein Nächten-Ziel. Du machst da draußen rum. Huch, jetzt bin ich gerade wieder im Boden. Oh, jetzt habe ich schon gedacht. Ähm, soll ich alles mal da reintun? Na klar. Sag mal. Ja. Ja. Sind die auch da drin? Ja, ja. Okay. Natürlich auch mal die Rüstung. Ja, es sind schon zwölf Miniherzen drin. Such jetzt nur, ob ich aus Versehen... Ach, sag mal, wie viel sind denn... Oh nein! Das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich die ganzen 43 Level. Ja, die sind aber im Grabstein. Ich wollte gerade sagen, geh auf jeden Fall nur du da hin. Wieso sind meine Level weg? Äh, stimmt. Meine auch. Ah, nee, das ist ein Anzeigefehler. Okay. Ich habe gerade aufs Piwi-Gitter gestellt jetzt. Jetzt gankt. Ich TP mich da jetzt schnell zu meinem Todespunkt. Na ja, klar. Nee. Das ist verboten. Wo ist jetzt diese blöde Hexe? Jetzt ist die despawned. Ist doch gut. Och, ich habe die Hälfte der Level eingebüßt. Mist, Kaka. Soll ich mal Eisen schmerzen? Oder so? Ja. Na toll, jetzt kriege ich das Ganze nicht. Nein, jetzt kriege ich das Ganze nicht. Mal den Ofen bauen. Ja, kannst du machen. So ein super Ofen da. Wie hieß der nochmal? Der Lichtbogenofen war das, glaube ich. Lichtbogenofen. Wo ist... Robuste Platte in der Zuschauer-Auto. Ach, was brauche ich da alles für? Ja, es war doch keine so gute Idee, hier des Nachts das einzusammeln. Wo ist denn jetzt dieses... Ach so. Okay, so viel ist es ja gar nicht mehr. Haben wir im Dingens auch Wafer? Ja, ich habe einige mit. Oder du? Ähm, ist es denn? Ist es denn? Nee, in meinem Rucksack sind die... Naja, falls wir die irgendwie brauchen... Das brauche ich nicht. Gleich. Das mal noch mitnehmen. Und so. Na, die lasse ich da. Auf alle Fälle habe ich zumindest die Rakete. Ach, sowas ärgerliches. Ich gehe jetzt auch mal... 43 Level gehabt. Mist. Wo ist denn... Aber die Sachen habe ich wenigstens alle. Zwei... Zwei Hexen. Wissen, wenn man drauf ist, dann wird es wieder angezeigt. Ja, hatte ich auch 22 jetzt doch noch. Gut. Oh, man ist hier so langsam unterwegs. Hatte irgendjemand den... 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 Ähm... Osmiumbrustpanzer mitgenommen? Der ist in der Dingens... In der... In der... In der ME? In der ME, ja. Und noch Alu. Alumanium. Ja, weil die kommen nämlich alle oben hin, tatsächlich die Rüstungsteile. Achso. Weil wir da... Weil wir die ja sammeln. Für unser Museum. Was wir noch vorhaben. Ach ja. Hm. Oh. Jetzt hast du schon verraten. Nö, das ist nur eine Anspielung, damit die Leute heiß werden, Schatz. Mhm. Ach, okay. Heiß. Heiß. Ich darf sonst gar nichts verraten. Was ist jetzt verraten? Heiß. 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 Wir haben uns nur mal so eingestreut. Heiß. 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 Huch. 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 Hier oben war der Enderman, der hat da einen Grasblock mitten auf dem Eingang gelegt. Er ist verpreist. Hm. Hm. Oh, so. Hm. Ich glaub, ich mach die auch erstmal hier drin. Hm, doch nicht hier drin. So. Hm. Mal schau ich den vielleicht einschneiden. Melanie, kannst du mir mal einen Wafer zuwerfen? Ja, ich komm. Ich komm. Entschuldigung. Einen goldenen. Ja. Wo bist du? Ja. Ah. Moment. Einen. Einen. So. Danke. Bitteschön. Na, 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 na. Bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, bum. So, auf jeden Fall hab ich die Rakete gerettet. T-t-t-t-t-t-t-t. Ich hab einen Lichtbogenofen gebaut. Wir haben unten drei Lichtbogenöfen. Jetzt haben wir viel mehr. Ich wusste nicht, was du machst, sonst hätte ich dir das schon gleich gesagt. Die sind bei den Galactic Craft, äh, Kompressor-Sachen und so, sind daneben, oder sind es nur zwei? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Äh, auf der linken Seite, da sind, nee, nee, nicht dort. Hier ist diese ganze Wand des Galactic Craft Zeugs und die beiden hier unten ist oben Lichtbogenofen und Lichtbogenofen. Ja, da können wir den noch austauschen, das stimmt. Also ich hatte für zwei damals, glaube ich, genug Zeug. So, gab es jetzt hier noch was? Okay, die Astro-Matic brauchen wir. Und dann Tier 4, Heavy-Duty-Plate. Ich renne hier mit einem Rosenkohl rum. Rosenkohl? Oh, wir haben uns gar nicht mit dem Koch beschäftigt. Ja, das muss auch irgendwann mal noch eine Küche und so weiter. Wollte gerade sagen, wir wollen ja eh da noch jetzt, dann hatten wir nämlich schon noch beräumt. Ich wollte nur die letzten, ich mach das mal der Schnelligkeit halber, mich nochmal zu meinem Todespunkt tippen. Jetzt gehen wir kurz mit meinen Augen auf. Da leer zu holen. So, jetzt hoffe ich doch, hier ist niemand mehr. Dann gucken wir die beiden zu. Oh. So. Huh? Ach, ein Schaf. Oh. Ja, ein Schaf geht ja noch. Ach, das ist ein Laborblock. Ja, ja. Ne, aber da können nämlich die auch wieder hier löschen. Die sind hier alle schon fertig. Ja, das ist auch sinnvoll ist, wenn wir den Ausflug zum Mars machen, ist halt die Frage, ob wir zu dritt hin wollen oder ob nur einer hingeht. Ja, aber wir müssen auch in den Dungeon. Ach so, stimmt. Dann sollten wir es zu dritt machen. Aber dann sollten wir auf alle Fälle Queries mitnehmen, um einfach noch ein bisschen Dash abzufarmen. Weil das brauchen wir nämlich auch noch. Und da war, glaube ich, nicht mehr so viel da. Und ich würde mir ganz gern mal diese Compressed Meteor mit Iron angucken. Und diese neuen Queries jetzt, oder nicht? Ja, ja. Ender-Query-Trupp. Wir haben aber noch keine Tesserakte, glaube ich. Hm. Nee. Wie baut man den? Das war die verhunzte Folge, wo ich so mega gefehlt habe. Mit dem Enderium. Die heute draußen ist. Die eh heute draußen ist. Ja. Oh, die muss ich mir noch angucken. Ja, du kotzt ab dabei. Ja. Ich hab's drauf schneiden, auf jeden Fall. Ich hab's am liebsten nicht veröffentlicht. Nur gelesen die Instanieren? Ja, das wäre auf jeden Fall besser. Mann, hatte ich 17.000 Knoten im Kopf. Aber sowas von... Aber was ist denn jetzt mit dem... Das Witzige ist, dass wir dann danach entdeckt haben, wie einfach es ist, shiny zu machen. Ja. Und tatsächlich sogar einen shiny Block, einen Platinum Block. Och, Mann, nee. Nee, das war alles nur peinlich. Haben wir irgendwo auch... Ich bin mal noch ein bisschen am Vorbereiten. Also doch, wenn Sie das schauen. Dash mit E geschrieben. Ja, die ich. Aha. Gut, dann kann ich's ja nicht finden. Dash Barren haben wir noch 119. Oh, noch 128. Ja, das ist nicht mehr so viel. Das ist nicht wirklich viel, ja. Nein. Und vor allem, ich bin jetzt schon dabei... Das ist hier mit dem Teleporter. Das ist der, den wir dann hinmachen wollen auf den Mars. Ach so. Ja, das ist im Prinzip eigentlich einer, naja, nicht unbedingt, ja, entweder für den Mars, genau. Das war die Überlegung. Oder dann auch für spätere Planeten, weil die Raketen werden immer teurer. Und wenn wir das alles immer in dreifacher Ausfertigung machen, ist halt nicht so... Oh, Bronze, Bronze müssen wir auch mal wieder machen. Kupfer. Ich werde trotzdem noch mal Kupfer machen. Also auf alle Fälle... Aber den Tesserakt haben wir jetzt noch nicht gemacht, oder? Ja, wir haben hier 171 Broseblöcke. Also das ist ja jetzt nicht wenig. Nee. Und 159 Barren haben wir auch noch. Ich muss es aber halt erstmal wieder als Bachen machen. Bachen machen, ja, das ist ja wohl easy. Ja, ja, bin ich auch schon dabei. Und... Was gucke ich jetzt eigentlich hier als... Ach so, ich wollte ein paar Eisenbarren haben. Und diese komische Behutsamkeitspieke mal... Nee, das ist doch falsch hier. Nee. Ist das richtig? Scheuer? Nee, das ist auch nicht richtig. Nochmal auf dem... Um auf die Fail-Folge zurückzukommen. Und dem Tesserakt. Ähm... Wollen wir dann noch einen machen für den Mars, oder? Ja, müssen wir ja. Wir müssen aber zwei machen. Ach so. Weil wir brauchen sowohl hier den Stromlieferant, als da oben den, der den Strom annimmt und die Items runterschickt. Genau. Aber, ähm, Enderium... Enderium haben wir ja jetzt. Das ist doch Stahl. Das heißt, wir müssen nur den Rahmen bauen. Äh, ich weiß nicht mehr, inwieweit was nach der Folge fertig gemacht haben. Ich habe eben Tesserakt im Ehr eingegeben, den gibt es noch nicht. Nee, fertig haben wir noch nicht. Oder auch der Rahmen, der ist auch noch nicht da. Aber Enderium gibt es... Ja, genau, das haben wir dann halt noch hinbekommen. Ich mache jetzt hier noch was drin da. Nee. Ach ja, da sind sie, die Blöcke auf solides Ende hier. Hier schon, Flecken. Ach, nee, nee, nee. Was brauchte man da noch? Oh, Zinn, das ist zinnlos. Du machst unten Eisen, Malte, ja? Sehe ich das richtig? Ja, ich habe aber jetzt noch nicht geguckt, wie weit das fertig ist. Ja, dann hätte ich wenigstens was zu tun, wenn ich den Weg nach unten finden würde. Vielleicht mal frage ich mich, ob ich überhaupt ein Gehirn habe. Gehirn. Tja, vielleicht hast du das abgegeben wie, äh, die Zombies. Irgendwo. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, siehst du, die können nämlich immer gar nicht weitermachen, wenn die voll sind. Ah, da unten ist noch. Ine, die, die. Das sieht ja goldig aus. Du hast den linken Arm ganz hochgestreckt. Ich? Ja, hast du beide hochgestreckt. Ja, wie nehm ich in den Arm, Mama? Guck mal, ich muss mal, muss mal Bildschirm machen. Guck mich mal an, bitte. So, ja. Immer noch. Bei mir nicht. Hä? Bei mir. Ich schicke euch nachher mal das Versuch. Oh, ich habe auch eine Back. So, das muss raus. Plumpf. Plumpf. Wir sind jetzt eigentlich fast bei 20 Minuten. Ja, wir müssen immer gegenüber. Ich wollte gerade sagen, dass es nach, nach dem Heimkommen ist es ja immer so eine elendslangweilige Folge normalerweise. Ja, bis man alles gewandt hat und sich wieder eingerichtet hat. Entschieden, dass es weitergeht. Richtig. Wir werden jetzt hier einfach noch ein bisschen Vorbereitungen treffen, gucken und auch überlegen, was wir für die nächste Folge machen, ob wir auf dem Mars fliegen oder nicht oder wie auch immer und was unser schlaues Questbuch auch sagt, auf jeden Fall, gibt es noch viel zu tun und es wird spannend. Also, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.